ja servus liebe freunde und heute zeige ich euch mal wie ich so fußball spiele ein bisschen. ich spiele nämlich schon fußball seit ich so klein bin. ich zeige euch jetzt mal ein foto ich bin nämlich ein leidenschaftlicher fußballspieler. jetzt habt ihr es gesehen. seit ich so klein bin auch früher im vorein gespielt und ich spiele es heute noch und nur noch halt hobby. ich nehme euch ein bisschen mit auf die reise in die halle und so. okay. viel spaß. ja habt ihr das auch, dass ihr zum fußball immer gerne kaugummi esst? ich immer. keine ahnung. bis bis bis, bis 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 bis. dossie Toronto Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020